Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem heutigen Vlog. Ich habe euch ja gesagt, dass ich ja gerne nochmal meinen Song fassen machen möchte, wie ich das jetzt mit YouTube plane, weil ich ja nebenbei auch arbeite. Aber vorab möchte ich mich tausendmal bei euch bedanken. Herzlichen Dank, dass ihr mein Video schaut, dass ihr mich abonniert, dass ihr ein Däumchen auf mich werdet. Hallo und willkommen zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal aus der Stadt Kiel. Ich bin heute mal nach Kiel gefahren, weil ich einfach Lust hatte, mal wieder nach Kiel zu fahren. Ich war vor einigen Wochen ja hier und habe jetzt natürlich ein neues Objektiv, was ich auch gerne an anderen Spots auch ausprobieren möchte. Nächste Woche zeige ich dann euch, wie ich in Lüb... Guten Morgen und herzlich willkommen zum 60. Vlog auf meinem Kanal. 60 Vlogs. Wow, eine ganz krasse Zahl. Also als ich angefangen habe mit YouTube, dachte ich nie, dass ich über die 60 gehen würde. Also so weit, wow, anderthalb Jahre ist es her, dass ich gestartet habe. Na klar, es waren zwischenzeitlich auch mal ein paar Roadtrips und sonstiges dabei. Aber naja, komm, 60 Vlogs. Wow. Und in dem Moment geguckt habe und der Hub-Inhalt, der verbindet das Ganze dann. Das heißt, wenn ich auf Alex' Kanal gehe und der nur sozusagen Help-Content hat, das heißt nur Videos hat die Fragen beantwortet. ARD Text im Auftrag Nach Fertig. ARD Text im Auftrag Nachfrag Nummer und das waren erst die ersten 100 blogs auf meinen kanal es werden viele weitere blogs auf meinem kanal noch kommen und ich bedanke mich bei euch für den support über die letzten jahre kommentare likes abos alles dafür vielen vielen dank für eure unterstützung und für die unterstützung von nico die ich unten in der beschreibung verlinke der ist natürlich als kameramann dabei deshalb vielen vielen dank an dich auch noch mal ich hoffe euch hat das bestof gefallen es waren die ersten 100 blogs auf meinem kanal wie gesagt weitere werden kommen lassen like und abo da teilt dieses video auf facebook auf instagram auf twitter und sonstiges ich sag auf Wiedersehen, Ciao! じゃ sagen panik ja ja deswegen ja die ja j